Er ist einer der bekanntesten Management-Experten Europas. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, für seine Modelle gewann er diverse Preise. Die Rede ist von Fredmund Malik. Nun kommt noch eine Auszeichnung hinzu. Für seine Verdienste in der Managementlehre wird dem Wirtschaftswissenschaftler im April 2018 der Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche verlieren. Manager-Seminare traf den gebürtigen Österreicher zum Interview an dem Ort seines Wirkens, dem Malik-Managementzentrum in St. Gallen. Der Life Achievement Award zeichnet eine Person für ihr Lebenswerk aus. Wie würden Sie das ihre umreißen? Heute umreiße ich es so, ich habe aufbauend auf den Schultern von Pionieren die Systeme, geschaffen, die Organisationen befähigen, zuverlässig zu funktionieren, Hochleistung zu erbringen. Das eigentliche Fundament war und geblieben ist, das war die Frage meines damaligen akademischen Mentors, Professor Ulrich und eines sehr guten, lieben Kollegen, Professor Krieg. Gibt es eine Grundlagenwissenschaft dafür? Gibt es so etwas wie eine Grundlagenwissenschaft für Management? Jetzt war natürlich der Gedanke naheliegend, ja klar, gibt es eine Wissenschaft, das ist die Betriebswirtschaftslehre. Ulrich war der Meinung, ja, die werden wir natürlich brauchen. Wir waren ja und sind Betriebswirtschaftler. Aber vielleicht genügt das noch nicht, um diese Aufgabe zu lösen. Was könnte es sein? Ich mache eine lange Geschichte kurz. Wir sind dann auf die damals entstehenden Systemwissenschaften gestoßen und auf das, was Systeme zusammenhält und zum Funktionieren bringt. Und das Modell selber besteht aus einer ganzen Reihe von in sich zusammenhängenden Teilmodellen für Governance, für Leadership, für Strategie, Strukturfragen, für die Organisationskultur. Wie managt man Organisationen und wie managen sich, ich betone das, sich Menschen? Die Führungskräfte, die zu Ihnen kommen, was haben die für ein Anliegen? Was sind deren größte Probleme, die größten Herausforderungen vor denen, die sich gestellt sind? Wir gehen durch eine, das ist meine Grundposition seit langem, darüber viel publiziert. Wir gehen durch eine der größten Transformationen, die es geschichtlich je gab. Vielleicht die größte, wissen wir noch nicht. Und das heißt, es ändert sich fast alles. Damit sollte man rechnen. Ein Szenario, wir werden in wenigen Jahren, was wir tun, geändert haben, wie wir es tun, warum wir es tun und das wird auch ändern, wer wir sind. Wie wir produzieren und konsumieren, wie wir lernen, wie wir lehren, wie wir innovieren, wie wir forschen, wie wir finanzieren. Die Transformationen, eben die Herausforderungen der Komplexität, das ist eigentlich das Alpha und Omega der ganzen Sache. Und die Komplexität hat ihre Wurzel in der Vernetzung. Und die, die Wurzel oder die Ursache in der Digitalisierung. Also das hängt alles zusammen. Und das braucht neue Organisationen. Stellen Sie ein Sinfonieorchester vor, da spielt jeder so, wie er gerade will. Das ist nicht so toll. Und ein Sinfonieorchester, das eine Sinfonie spielt, das ist das, was wir brauchen. Es kann auch ein Jazzstück sein, aber das hat seine Regeln und das hat seinen Rhythmus. Also dahin müssen wir, und das ist das, was wir durch eine ganz bestimmte Synthesemethode, wir nennen sie Syntegration, das ist Synergie und Integration zusammengenommen, erreichen. Und das hängt an der Vernetzung. Richtig vernetzt funktioniert das perfekt. Wenn aber 50 Menschen falsch vernetzt sind, dann funktioniert gar nichts mehr. Die laufen auseinander, es gibt Streit. Ich kann nicht ein Team von 50 Personen haben. Nein, kann ich nicht. Aber ich kann Prozesse haben, in denen, Kommunikationsprozesse, in denen 50 und mehr Personen so zusammenwirken, als wären sie ein Team. Ich könnte auch sagen, so als würden sie wie ein einziges Gehirn arbeiten, das ja auch aus Milliarden von Nervenzellen besteht. Kommen wir nochmal zu dem Thema Komplexität. Wir können von Digitalisierung reden, auf der einen Seite, und wir können dann in den Organisationen und in der Gesellschaft von einer Komplexifizierung unserer Welt sprechen. Und jetzt gibt es natürlich einen ersten Reflex, sehr verständlich, Komplexität muss reduziert werden, um Gottes Willen nur nicht komplex. Das stimmt häufig, aber es stimmt eigentlich immer weniger. Und man vertut sich gewaltige Chancen, wenn man das so macht. Denn in der Biologie wissen wir, alle höheren Denkleistungen, Bewusstsein, Emotionalität, Kreativität, Intelligenz, Anpassungsfähigkeit resultiert aus höherer Komplexität. Ich habe einen größeren Reichtum an Verhaltensweisen und Denkmöglichkeiten usw. Also lass uns doch mal versuchen, Komplexität zu nutzen, um Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen. Wie werde ich wirksam in der Komplexität von Organisationen, in dieser neuen Welt der digitalisierten Organisationen und in Organisationen, deren wichtigster Rohstoff Wissen ist einerseits und zweitens, wie ich sagte, Komplexität. Das ist komplett neu für die allermeisten Menschen. Wir lernen das nicht in den Schulen. Wir lernen Lesen, Schreiben, Rechnen und vieles andere. Aber wir lernen nicht, wie man in Organisationen wirksam wird und seine PS, sein Wissen, seine Kenntnisse auf den Boden bringt, sozusagen. Eine andere Sache ist, Menschen bewusst zu machen, wo sie ihre Stärken haben. Wenn ich Menschen frage, was können sie denn besonders gut, dann bekomme ich Antworten wie, ja, ich kann besonders gut Englisch oder ich kenne mich in Computern aus und so weiter. Ja, das ist auch gut, das sind auch Kompetenzen, die man braucht. Wenn ich aber frage, ja, aber ihre echten Stärken, ja, habe ich doch soeben gesagt. Dann frage ich, sind sie schnell oder sind sie eher langsam? Es gibt Menschen, die sind von Haus aus langsam. Das ist aber nichts Schlechtes, sondern ich muss denen Aufgaben geben oder sie sich selber, wo Langsamkeit vielleicht sogar eine Tugend ist, wo es sogar darauf ankommt, mit Sorgfalt und all den Dingen zu arbeiten. Und dann gibt es die Schnellen, die können das. Ich muss jedem andere Aufgaben geben. Und ich bin der Meinung, man hat eine ganz, ganz große Verantwortung als Führungskraft. Die Menschen, die einem nur mal ein Stück weit begleiten, ob man sie sich selber ausgesucht hat oder ob sie halt eben in diese Abteilung gekommen sind, wirklich das Beste aus ihnen heraus nicht zu holen, sondern sie zu befähigen, das Beste aus sich zu machen. Und das heißt, ihnen auch den Mut zu geben und die Erfahrungsmöglichkeiten über ihre scheinbaren Grenzen zu gehen. Sinn, das ist der eigentliche Motivator für den Menschen. Solange jemand, wenn jemand Sinn gefunden hat in seinem Leben, dann ist er in der Lage oder sie Höchstleistungen zu erbringen. Und das Gegenteil ist so tragisch. Wenn Menschen keinen Sinn mehr sehen oder wenn ihnen der Sinn sogar genommen wird, was in Organisationen passiert, dann geben sie auf. Das macht dann eben keinen Sinn mehr. Sie sind dann noch da, aber sie sind nicht wirklich da.